Willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute so ein 3D Puzzleteil aus Alu mit einer schönen Epoxy Füllung. Als aller erstes kümmern wir uns um das Roteil. Dazu wird auf die Rückseite doppelseitiges Klebeband angebracht. Das ist völlig ausreichend. Die Position wird noch kontrolliert und dann wird x und y definiert. Mit dem Werkzeuglängensensor noch den Z0 und dann kann es auch schon losgehen. Bei dem Fräser handelt es sich um einen 4 mm 2 Schneider von der Firma Macmill. Der Fräser liegt schon seit Jahren in meiner Crewstuhl-Kiste und ich dachte mir, das ist genau das richtige Projekt, um ihn endlich mal einzusetzen. Ich beginne mit den Taschen, wo später das Epoxy sein kommt. Ich muss dazu sagen, an der Stelle ist mir mein Fehler noch nicht aufgefallen. Ich habe zwar x und y definiert mit dem Laser, habe aber vergessen den Offset zu laden zwischen Fräser-Spitze und Laser. Deswegen ist das ganze Projekt jetzt quasi um diesen Offset verrückt. Zum Glück ist das Roteil groß genug und ich konnte x und y einfach neu definieren und es nochmal starten. Ich war neugierig und wollte wissen, was man noch verbessern könnte. Deswegen spiele ich immer wieder mit dem Vorschub und mit der Drehzahl. Dunussend. Von Dchn suggestions öfter Ich habe ganz vergessen den Fräser zu zeigen und deswegen hole ich das jetzt nach. Die zweite Operation, die Gravur. Ich wollte mal was Neues probieren und zwar wollte ich mal mit der Folie arbeiten, wie ich sie bei Holz mache. Die Idee war einfach durch die Folie zu gravieren und anschließend auf die Folie großzügig das Epoxy zu verteilen und dann einfach runter zu schleifen oder sauber abzuziehen. Das hat leider nicht funktioniert, man sieht es gleich. Und das ist das Werkzeug, ein Gravierstichel von der Firma Fraser Bit mit 90 Grad. Hier kann man es sehen, die Folie hat überhaupt nicht gehalten. Ich glaube, ich hätte die Oberfläche besser sauber machen müssen, aber halb so wild. Ich finde das Ergebnis ja trotzdem gut geworden. Das dritte und letzte Werkzeug, ein Zweischneider 6 mm mit einer sehr kurzen Schneide von 14 mm. Also ich finde es ist sehr gut geworden. Ich musste nur noch die Klebstoffseiste und die Späne entfernen und dann geht es zum Epoxy. Das Epoxy ist schon angesuert und jetzt werden nur noch diese blau-metallic-Farbpigmente beigegeben. Das Ganze wird noch gut durchgesurrt und dann werden mit dem Vakuum die Luftblasen gezogen. Die Mischung konnte eine gute halbe Stunde suchen und jetzt geht es ans Verteilen bzw. Gießen. Ja und wie immer, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion gemacht wird. Ja, der Fusion Teil. Ich fasse nicht mal kurz, weil das ist auch nicht viel. Ich will es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir starten natürlich wie immer mit einer Skizze. Man kann schon sehen, es sieht ziemlich fertig aus. Das liegt da sein. Ich habe einfach eine SVG gekauft auf Etsy für 1 oder so 20 meine ich und habe es einfach importiert. Aber jetzt kann man hier schon so ganz viele Punkte sehen. Hier, hier und hier. Das liegt einfach da sein. Ich wollte das Ganze mit einem 6 mm Zweischneider machen und ich bin einfach hier nichts reingekommen. Deswegen habe ich mir die Linie so ein bisschen zu Recht gebogen, diese Tasche glaube ich auch so ein bisschen versetzt und auch hier diese Öffnung ein bisschen weiter aufgezogen. Das war so die einzige Änderung, die ich an der SVG vorgenommen habe. Okay, als nächstes habe ich das Ganze extrudiert. 14 mm, denn so stark ist auch mein Rohteil. Und dann nochmal extrudiert, aber nur 11 mm. Das heißt, diese Taschen haben eine Tiefe von 3 mm. Ich muss sagen, weniger würde ich nicht gehen, weil man sonst den Boden durchsehen kann durch das Epoxy. Also so 3 mm muss es schon haben. Als nächstes noch mal eine Skizze mit dem Namen. Und dann ging es ans Sonden. Ich mache es mal einen Schnelldurchlauf, also man kann schon sehen, so jetzt sonden sich die ganzen Wände. Ich habe hier noch ein bisschen was gesondet, ein bisschen hier und dann war es das eigentlich auch schon. Absolut nichts Wildes. Und wenn man so eine fertige Vektordatei kauft, dann ist es wirklich sehr komfortabel. Okay, die Fertigung. Wir starten hier mit einem Setup. Da habe ich einfach gesagt, Quader mit festem Größe. Und da hat mir schon was vorgeschlagen, lustigerweise. Und das hat irgendwie ganz gut gepasst. 180, 150, nur Z, 14, das muss stehen bleiben, denn das ist ja schon mein fertiges Maß. Es ist nicht ganz 14, ich meine so 14,1 oder sowas. Aber das ist gar nicht so wichtig. Man kann ja diesen Nullpunkt sehen, der liegt ja auf dem Ruhrteil. Und da sage ich einfach Klavieren. Mit meinem Klavierstichel. Ich muss sagen, die Schnitttaten sind sehr gut, also da habe ich mit dem Vorschubsregel eigentlich gar nichts gemacht. Der habe ich auf 100% laufen lassen. Und hier minus 2 mm. Bei Tiefenschnitte 0,4. Weil es ist doch ein bisschen zu viel für den Fräser. Und das sollte er in mehreren Schritten machen. Ich muss aber dazu sagen, dieser Fräser hat ja so ein Wendemesser. Und auf der einen Seite war der Spitz. Und auf der anderen Seite hatte er einen Radius von 2 Grad, meine ich. Das wusste ich nicht. Ich habe es gedreht und hatte dann die abgerundete Seite unten. Deswegen fällt diese Gravur einfach viel, viel dicker aus, als es jetzt hier in der Ansicht ist. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Ich tauche ja noch nach wie vor die 2 mm ein. Aber hier ist es gesundet. Aber das weiß ja die Software nicht. Und wenn es jetzt hier eintaucht, meint es ist spitz. Aber es ist ja in Wirklichkeit halbsund oder sund. Und deswegen sind diese Taschen hier einfach alle bisschen weiter. Und deswegen berühren sich glaube ich das K und das A sogar schon. Das ist die Erklärung. Wie ich das in Zukunft mache, weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich nehme einfach die wieder an die andere Seite. Beziehungsweise tausche das Messer, weil das war einfach fertig. Okay. Gravur. Dann geht es hier in dieses Adaptive Clearing. Mit diesem Macmill. Also wirklich, ich bin froh, dass ich das Ding los habe. Excel mal 7. Äh, Excel. Also die Tabelle 7. Material Nummer 7, glaube ich, war das Alu-Guss. Ja, kann sein. Also diese Excel-Tabelle. Und den Wert habe ich nicht verändert. Das hat einfach mal eins. Und wie gesagt, die Schnittdaten waren sehr gut. Hätten wir eigentlich so lassen können. Nur beim Eintauchen. Und obwohl der nagelneu war, hat er ja echt Probleme gehabt. Okay. Das geht. So habe ich das hier gewählt. Als Endhöhe. So Teil Oberkante bis Kontur. Also diese Kontur. Ergo die 2 mm. Hier den Glättungsfilter sein. Tiefenschnitte braucht man nicht. Denn wir. Ich zeige es gerade mal. Wir fahren jetzt hier in so einer Spirale bis ganz nach unten. Und arbeiten dann nur mit der Seite. Das ist übrigens meine absolute Lieblingsfray-Strategie. Ja, und sage hier einfach. Das habe ich gelassen. 2 Grad. Nur diese Rampen-Sicherheitshöhe. Diese beziehe ich ganz gerne. Damit er einfach nicht unnötig so in der Luft kreist. Und so sieht das aus. Wie gesagt, das seitliche Abarbeiten war ja gar nicht schlecht. Aber nur diese Stirnseite. Okay. Wieso mache ich mit diesem Fräser nicht gleich eine Phase? Das sieht einfach da aus. Man kann es schon sehen. Der Fräser kommt nicht ganz in die Mitte. Äh, bis an den Sonn. Und wenn jetzt dieser Phasenfräser kommt, der schafft es ja bis zum Sonn. Und das sieht einfach nicht gut aus. Weil hier bleibt noch was stehen. Und da taucht er. Aber diese Kontur kann er ja komplett abfahren. Und das hört blöd aus. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache hier keine Phase. Okay. Als nächstes sage ich. Vom vorhersehenden Setup. Aber man kann es schon sehen. 0 Punkt unten. Jetzt kann man hier sehen. Ein Zweischneider. Ich habe tatsächlich von Ebay. Ich wollte mal so, ja, sehr preisgünstig Fräser mal ausprobieren. Und ich muss sagen, der ist echt gut. Also, ich hätte mir gleich noch mehr bestellt. Für den Preis. Top. Wirklich top. Das C20 hat mir so ein Code ausgedacht. Weil mittlerweile verliere ich einen Überblick über meine Fräser. Deswegen kriegen wir jetzt alle so einen Code. Mal heißen die 50, C70. Also C steht für Code. Und ja, so versuche ich mal den Überblick zu halten. Excel 7 mal 1. Also ich habe die Schnitte nicht verändert. Und wie gesagt, die waren sehr gut. Die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Die Kontur. Höhe sage ich. Die Kontur. Plus 0,3. Tiefenschnitte. Das hat Excel so vorgeschlagen. Fand ich ganz gut. Das Urteil aufmaß 0,15. Und ich glaube, diesen Wert habe ich auf 6 erhöht. Von 0,66. Und das sieht dann so aus. Ah, eine Sache habe ich doch noch gemacht. Und zwar. Ne, habe ich doch nicht. Okay. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Jetzt kann man sehen. Hier steht noch ein bisschen was. Einfach Copy-Paste. Und einfach die Tiefenschnitte auf 6 mm erhöht. So Teile raus. Ansonsten nichts verändert. Und so bin ich dann nochmal saugen die Kontur abgefahren. War eine nette Spielerei. Keine Ahnung, kommt jetzt an die Wand oder so. Hat irgendwie Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht. Ich sage bis zum nächsten Video. Ciao.